Beispiel, ein Angeber sagt, ich schlaute die 100 Meter in die See 9. Sagt der Hess, oh, 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 oh. Das ist ein vollständiger hessischer Sitz. Der Zieg ist Pelletat, okay. Und je nach Ausdruck und Lautstärke ist es ein Schmeicheln oder auch... Das ist wichtig, es ist eine Sektung. Es wird siebenmal ausgestoßen. Dann hat es erst diese, da kann man das Pfeffer noch da, aber das ist so das Grundessen. Kann man auch würzen, ne? Oder wir nehmen mal jetzt den Mord da und es kommt im Tatort zur Gerichtsverhandlung. Und der Richter fragt den hessischen Zeugen, Herr Zeuge, was haben Sie denn gedacht, als dieser Handler mit dem Messer auf dem los ist, sagt der Zeuge, ich habe gedacht, ajajajajaja.